einen wunderschönen guten tag zu einer weiteren geschmeidigen folge von daytion und wir haben in der letzten folge die kirche erweitert davor die folge haben wir das ein bisschen erweitert und wir haben unsere mitte etwas entzerrt und eine Menge Getreidefeld eingebaut und oh wunder jetzt haben wir da ganz viel brot drin wir machen auch noch mal so ein Brot dahin ja dann lasst es einfach so jeder Spalte kann 100 lagern ladern können die auch dann lassen wir hier weiter machen wir haben zwar jetzt Kohle und so ein Kram aber uns fehlt halt ähm sag ich mal hier ähm Eisen oder sowas die sammeln hier fröhlich Beeren okay dann nicht sind wir das denn so für Leute erst achso Holzfenner ja gut das wird sich mit den Holzfennern ja rausreglementieren dass wir 80 Mann sind das ist halt auch schon ein Meme ne wie sieht das denn mit der Attraktivität hier so aus wir können das hier alles zu pflastern ne bis der Arzt kommt und den werde ich mal bauen hier damit die Attraktivität versteigt wir brauchen wieder mal eine Brücke kann man überall bauen da brauer weiß auch immer ganz gut wie weit kann man die denn ziehen und noch eine Brücke ich mag Brücken jetzt mal weg so ja perfekt freu ich mich nicht probierst dann nach da dann bauen wir noch eine Brücke das ist ja einfach toll das ist die Brückenfolge mit der neuen Maus spielt sich das so unfassbar toll die alte war natürlich auch genital genial aber die ist weg kaputt gegangen also funktioniert die alte Maus noch nur das Kabel ist halt durch und ja kurz E-Zeit für eine neue die alte denke ich jetzt in die Ecke machen Markierungen drauf wenn ich ganz viel Zeit habe löte ich mir das zurecht das Foto das wird ja weit fertig werden Jetzt müssen die erstmal vor sich hin buseln. Funktioniert. Plötzlich Holz ist auch schon krass. Förderung verflügbar. Wir können eigentlich nicht so viele befördern. Erst müssen wir mal abchecken, Attraktivität ist da gar nicht gegeben. Deswegen bauen wir hier mal so eine schöne Statue hin. Okay, wir müssen kurz warten bis wir 100 Gold haben. So, perfekt. Wie sieht das denn hier aus, mein Freund? 70. Aber wir haben keine Beeren. Das ist halt ein bisschen problematisch. Gut, das ist neu. Können wir noch irgendwie Attraktivität steigern. So, die sind hier weg, ne? Können dann auch woanders hin. Das ist irgendwie doof. An Werkzeugen, ja, aber die kommen ja in der nächsten Runde auch durch. Zeit, dass wir die aufbauen können. Das Lagerhaus ist leer. Das kann dann weg. Und tschüss Lagerhaus. Und Libby kann sich erweitern. Ähm... Dies ist Mr. Fluffy. Grüße gehen raus. Dann haben wir schon Agent Fluffy. Hätte er vor der endlosen Kälte erstellt genug Wolle zur Verfügung, um die Dorfwohner über 120 Tage lang zu wärmen. Naja, es ist Wolle. Und was machen die mit der Kleidung? Passen wir die auf? Und nur Dorfbewohner, ja, wir verlieren wahrscheinlich auch bei ein paar Dorfbewohner. Sollten wir mal gucken wegen dem Holz. Braucht mir gar nix. Nur Bretter. Macht einfach mal Pause, ne Woche aufs 2 oder so Jungs. Was? Ach, er hat keinen, ok. Habt ihr ihn gefunden? Einen Eisen. Ach, das ist da unten noch. Der Bäcker kloppt das auch weg hier, ne? Der Bäcker kloppt das weg. Wie geschnitten Brot. Was sagt die Mühle hier eigentlich? Wo ist er hier gut? Ach, der hat hier wahrscheinlich... Okay. So, wer ist es laufen? Was willst du? Wirst du Brot? Ja, ihr König. Viel Spaß mit dem Brot. Ja. 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 Ja, wir werden hier etwas reinbauen. So. Das ist auch fertig, ist das super. Lass hier alles Wohngebiet werden. Oh, fertig? Ach ja, wir haben keine weiteren Dorfbewohner. Das sind alles irgendwelche anderen Sachen. Weißt du was? Wir werden das hier jetzt erstmal mit den Brücken. Das war eine Schnapsidee so ein bisschen. War eine witzige Schnapsidee. Wir werden zumindest mal ein paar Bretter drauf. Ich würde mal woanders arbeiten gehen. Wo bist denn du? Älger? Das ist ein Sammler. Das ist doch gerade alles. Gut, wir müssen das weitermachen. Nee, darfst du nicht. Du darfst weitermachen. Okay, die Holz fällern hier alles erstmal weg. Respektive könnten wir ja eigentlich hier unten ins Forsthaus hinbohren. Sagen ihm Ah nein, nicht da oben. Das hier soll alles aufgeforstet werden. So, ne? Auf Forst Willi, auf Forst Willi. Keine Bewohner, die dürfen hier direkt Gärtner werden. Hier war jetzt was dabei. Perfekt. Fische, ne? Da habe ich ungemein viele. So, wenn man... Marktstand, ich braue den da erstmal hin, dann sehen wir weiter, ist die Förderung verfügbar. Und weggetreten. Natürlich keine Bewohner mehr. Ja, die fressen die ganzen Ressourcen aufgenommen. Was ist das? Fisch verditschen wir, machen wir einfach mal 200. Machen wir hier auch mal 200. Hier einfach mal 20. Und Handelsrouten, ne? Wer will ja Bretter kaufen. Evenport will Fische kaufen. So, guck mal was man das so alles erforschen kann. Erstmal nichts, wenn wir noch keine bürgerlichen haben. Oh, Häuser. Nice. Und natürlich wieder keine Bewohner. Sind alles wahrscheinlich Holzfäller oder sowas. Da haben wir wahrscheinlich jede Menge Stein. Wieder keine Bewohner. Speicher. Speicher. Naja, das ist von unbekannt. Agent Fluffle. Der Beste. Der einzig Wahre. Na, Grüße gehen raus, Käpt'n. Kann auch grad nix machen. Wir haben wieder zu viele Bauprojekte. Zeitgleich. Das ist halt ein bisschen problematisch. Aber das sieht ja so aus, als wäre es ja fast fertig, ne? Ich trüge es sich wahrscheinlich nur noch mit dem letzten Bauklotz. So, machen wir das alles schon fertig. Das ist so super. Ja. Oh, zu viele Fisch, ne? Fisch ist nicht gut. Aber wir ziehen den Fisch hier einfach raus. Sondern ist das halt so. Und das müssen wir jetzt Chiasoma und Tibota dann passt das. Hier ist jeweils überall einer drinnen. Warte, was haben wir gefunden? Auch da unten. Okay. Ja, machen wir es so. Fakt. Haben wir erstmal den Schloss. Ach, das machen die direkt automatisch. Das ist ja super. Wir haben keinen Dienstschloss. Die gehen ackern. Weiter oben. Drei Bewohner. Haben wir, haben wir, haben wir. Haben wir. Fisch. Er hat es gedacht. Fisch. Gehren und los. Läuft. Läuft. Was sind das hier für Leute? Oh, ein Mensch, der will eine Audienz. Was ist das? Was ist das? Ähm. hau ab damit was ja und voll dann lag er es halt da ein und dann bauen wir mal hier so eine schöne mauer hin klingt das eigentlich gar nichts rot ist einfach rot ist vielleicht irgendwo auch rot verkaufen ein wachsendes dorf das ist ja einfach nur herz aller liebst das ist löschen und wieder hinbauen so leute drin da sind ein paar leute drinnen jetzt sehen wir in der nächsten runde haut rein bleibt gesund bis dahin euer gehirn graubut